Wir sind die größten Fans der deutschen Mediatheken, denn wo sonst bekommt man fesselnde Filme, unterhaltsame Serien und inspirierende Dokus und das völlig kostenlos? Naja, das mit dem kostenlos stimmt nicht so ganz, denn es kostet ja enorm viel Zeit, sich durch das große Angebot zu wühlen. Vielleicht kennst du das auch, man öffnet erst ADZDF Arte, surft dann noch kurz bei YouTube vorbei und dann gibt es natürlich auch noch die werbefinanzierten Mediatheken von RTL über Join, Amazons Freebie. Das ist wirklich eine Menge, mit einer Menge tollen Inhalten. Dabei weißt du aber immer noch nicht, welche deiner Entdeckungen wirklich Substanz hat und dabei helfen wir. Hier auf Shelfed empfehlen wir dir nämlich immer nur die Highlights aus den Mediatheken. Jeden Tag genau eins, immer handverlesen und persönlich eingeordnet. Unser wichtigstes Bewertungskriterium ist dabei immer, ob ein Titel mit Liebe gemacht ist. Also nicht wie neu er ist, wer dahinter steckt oder wo er gerade verfügbar ist. Wir suchen die Streams, die was mit uns machen, von denen wir unseren Freundinnen weitererzählen wollen, was wir hier auch tun. Und tausende Mediatheken-Begeisterte lesen schon mit. Lass auch du dich in unserem Mediatheken-Tipps-Newsletter davon überraschen, welche tollen Fundstücke als nächstes darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Melde dich jetzt kostenlos über das Formular oben auf der Seite an. Und wenn du unsere Tipps magst, dann mach aus deinem Newsletter-Abo gerne irgendwann einen kostenlosen Shelfed-Account, mit dem du dir Zugriff auf personalisierte Tipps entsprechend deiner Genre-Vorlieben sicherst und alle unsere Formate und Funktionen ausprobieren kannst. In dem kostenlosen Probemonat unserer Mitgliedschaft kannst du nämlich sofort alle Newsletter und beliebig viele Empfehlungen lesen. Und nur wenn du dich aktiv dafür entscheidest, bleibst du dabei. Das geht schon ab 50 Cent pro Woche. Mach Shelf zu deiner neuen TV-Zeitschrift. Hier kostenlos im Mediatheken-Tipps-Newsletter oder als Mitglied.